Herr Lauterbach, wir müssen anfangen mit einer größer gewordenen SPD-Fraktion im Bundestag. 206 Leute, die haben sich zum Fototermin verabredet. So sieht das Foto aus, was dabei rausgekommen ist. Im Bundestag, man sieht 206 fröhliche Abgeordnete, alle ohne Maske, bis auf den einen hier. Alle anderen haben sich gegen die Regelungen des Bundestages verhalten. Ja, da habe ich dann wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Weil Sie das deutlich machen, indem Sie die Maske, warum haben Sie denn die Maske nicht abgesetzt? Ehrlich gesagt, ich hatte es um mich herum sogar nicht sofort wahrgenommen. Aber im Bundestag tragen wir natürlich die Maske. Aber trotzdem haben die Leute hier nichts falsch gemacht. Weil das Foto wurde schnell gemacht. Die Leute haben kurz die Maske abgezogen. Das stimmt nicht, Herr Lauterbach. Da muss ich Sie korrigieren. Wir haben das Bild in Bewegung. Dann können Sie mal gucken, wie schnell das war, dass die Leute da die Maske abgezogen haben. Es wurde lange geklatscht. Dann kam noch mal der Fraktionsvorsitzende, Herr Mützenich. Und jetzt ist der Moment, wo der Kanzlerkandidat Olaf Scholz noch dazu kommt. Also ich könnte es jetzt auch noch weiter laufen lassen. Es gab Laola-Wellen und Jubel. Das ist ein Superspreader-Event im Moment, oder? Ja, wäre es, wenn dort gesungen würde, laut gesprochen wurde. Aber tatsächlich, also wie gesagt, ich habe die Maske ja angelassen. Soll ich Ihnen den Ton noch mal vorspielen? Nein, aber das, danke schön, dass es nicht, aber tatsächlich, es war vielleicht, also nicht die optimale, also Wahl des Platzes. Hätten wir das Foto draußen gemacht, wäre alles gut gewesen. So ist es, also tatsächlich nicht ganz. Sie wissen, es kann sehr teuer werden, weil es wirklich gegen die Regelungen verstößt. 5.000 Euro pro Person, da wären Sie schon mal eine Million los, aber...